ok hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video paladins hier auf meinem kanal glück oder köln, den ist wenn, lass dein abo da bei Dead Queens mit Runde 3 ah, guckst du heilig? ja so abkuss ah, wo ist der denn hin? war das der der auf mich geschossen hat? ich weiß es nicht, ich denke mal das gibt es doch nicht, wer schießt da? yo, wir haben sie, wir haben sie ok 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 ich bin gerade sehr unkonzentriert, ok ach komm schon ich bin so ganz leicht unkonzentriert yo weg hier, komm ich versuche gerade in sicher zu gehen danke ja, komm ey, jetzt gibt es doch nicht ok ey ey ey, wieso haut der mir so schnell meine Rüstung runter? er hat nur ne Handfeuerknappe ist das so ne kleine Anspielung ans Game? ey wuuh, gerade so mist, ich war zu weit weg Ich habe viel zu spät gesehen, dass er die Attacke hat. Attacke und Superattacke? Attacke, ja. Hä? Komm, ein Schuss! Yes! Oh, oh. Boah, ist die schnell. Haha, quasi das Punkt. Hallo, danke dass du mich getötet hast. Ich bin sehr lieb von dir. Ja, 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 ja. Was hat er denn jetzt eigentlich gebracht? Komm 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 Ach komm schon, schon wieder er? Ach der mag mich irgendwie nett oder? Kann mich glaube ich gar nicht leiden Oh man, schon wieder der Mann, dieser Typ killt mich am meisten Jammer, nein Oh, falscher Knopf Ähm, ja, sorry da ich so ruhig bin Ich konzentriere mich wirklich gerade drauf Nein Oh, das war eine Niederlage Wir sehen uns in Runde 2 Bis gleich Hallo und herzlich willkommen zu Runde 2 Gucken ob ich hier Runde 2 besser benutze In Runde 1 Ich denke mal nein, aber wir sehen es gleich Schutzschild, Raketen, Schub Boah, ich bin gerade so unkommunitativ Sorry, hab dich da 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 Bam bam Okay 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 Wicci aufladen und angrillen Wir sehen uns Hier Paketensperrfeuer Bleib doch mal stehen Oh, ausgeweichend Schutzschild Übertaktet Ja Oh, hallo, ich bin tot, das hätte ich jetzt aber niemals gedacht, das war dieser komische Kellogs-Tiger, ne, der ist gut. Oh, hallo, es kommt raus, nur immer ihr seid. Ja, komm, komm, yes, baby, oh, schon wieder Mr. Kellogs. Bomben an zwei, hinter mir ist Mr. Kellogs, oh, Junge. Sorry, Mr. T-Bain, Mr. T-Bat. Schlafen im Tiefbett, keine Ahnung. Okay, komm, ah, wo schieße ich denn hin? Hab ich denn hingeschossen, verdammt? Ich hab total daneben geschossen. Oh, ich hab hier eine Attacke. Ach komm, von da unten aus. Ja, das war sehr realistisch. Aus dieser Position sieht man immer so genannte Deep Ground. What? Uh, ich hab ihn aus der Luft. Oh, oh. Victor, du böser kleiner Sniper. Nein, 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 nein. Victor, Victor. So. Hey, was denn? Wer zur Hölle bist du Hulk? Äh, ich konnte gar nichts machen. Gar nichts. Doch, schießen. Ja, aber zwar. Das sah aus wie der, äh, gleicher Hulk, Alter. Blast, wo ich sah. Blast. Alter, wie schild hat er denn? So, das war sehr schlau. Boah, hab ich ihn? Was war das? Okay, 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 okay. Victor, schau. Ha, nichts mit Rescue. Wir haben Victor gekillt. Wo sind die Gegner? Wo sind sie? Alter, äh, was ist das denn für ein Knüppchen? Ach, das ist ein Stein. Danke, gut gemacht. Mein Team ist wieder mal göttlich. So geht das. Alter, ich bin total kopflos, kopflos. Oh, wir haben gewonnen. Geil. Danke. Super. Wir sehen uns in Runde 3. Und wir kommen zu Runde 3. Und wir kommen zu Runde 3. Und wir kommen zu Runde 3. Wir kommen zu Runde 3. Wir kommen zu Runde 3. Ich hab keine Ahnung, was hier hier kam. Äh, ich hab die noch nie benutzt. Okay, eine heilende Magierin? Ah, okay. Ich hab keine Ahnung, was die kann. Ich wollte mal eine andere Figur. Okay. Okay. Ähm. Ja, Big Boss. Super. Du mit deinem Luftangriff. Ehrlich. Äh. Was hab ich gemacht? Okay. Okay. Wenn sie driften. Wenn sie driften. Nein. Ich falle. Scheiße. Nie. Nie. Ich bin gefallen. Kann ich das als Ziel benutzen, wenn ich die Linse auf dem Ziel habe? Ja. Okay. Kann also über die Linse nicht zielen. Okay. Was ist das? Okay. Wenn ich so ziehe, ist es besser hier über den Kreis als da über die Linse. Aber das geht gar nicht. Nein. Ja. Ich bin schon wieder sehr ruhig. Tut mir leid. Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Was hab ich getan? Okay. Ich bin also ne Hexe. Ahhhh. Granat. Ähm. Ja. Sie ist sehr viel schneller als ich. Auch von der Knarre her. Also. Boah. Ich bin mit der Figur kein bisschen überfordert. Ja. Ähm. Ähm. Alter, jetzt komm schon. Ah, ich bin längst schneller als ich. Ja komm jetzt. Ja komm jetzt. Ja. Wir haben gewonnen. Es tut mir leid. Wir haben gewonnen. Zwei Siege in diesem Spiel. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.